Duden LearnAttack ist eine große Online-Lernplattform mit über 40.000 Inhalten. Wie den Namen schon verräte, wird sie betrieben von Duden und Cornelsum ein Hersteller von Schulbüchern. Aufgrund der Situation wegen Covid-19 und den Schulschließungen hat man sich entschieden, das Primo-Angebot zwei Monate lang kostenfrei anzubieten. Zu einer anderen Lernplattform, SimpleClub, habe ich bereits ein Video gemacht und in einem Zweitkanal-Video habe ich jetzt Duden LearnAttack und SimpleClub verglichen. Guckt euch gerne auch beide Videos an, wenn ihr noch unentschlossen seid, welche Plattform ihr nutzen möchtet. Ich beschränke mich jetzt hier nur auf das Grund LearnAttack, wenn ich die weiteren Auslaufangebote mit betrachten würde, würde das Video zu lang werden. Jetzt aber mal zum Aufbau. Zuerst schauen wir auf den Preis und dann auf das Fächerangebot, als nächstes folgen die zusätzlichen Lerninhalte wie Aufgaben und dann gehe ich mal genau auf die Videos ein. Am Ende gibt es ein Fazit. Die Preise sind etwas unübersichtlich. Auf YouTube gibt es zwar ein paar Videos, aber das ist nur nebenbei. Man kann Duden LearnAttack auch für 48 Stunden kostenfrei testen. Dann kostet es auf 24 Monate 16,90 Euro. Man kann auch die Laufzeit von 6 oder 12 Monaten auswählen, aber das kostet natürlich mehr. Es gibt auch ein Premium Plus Angebot für 21,90 Euro und natürlich auch verschiedene Laufzeiten. Hier war der Preis wieder für die 24 Monate angegeben. Zudem kann man sich für 5 Euro nochmal zusätzlich ein weiteres Profil für ein zweites Kind anlegen und mit der Schul- oder Klasse-Lizenz wird es nochmal irgendwie günstiger. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen verwirrend. Bei der Premium Plus Variante gibt es zusätzlich noch eine Hausaufgabenhilfe auf WhatsApp. Diese ist von Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr erreichbar. Man kann dann einfach nach Hilfe fragen oder die Aufgaben schicken, die man nicht versteht. Und dann wird man unverbindlich geholfen. Man kann es auch noch 30 Minuten kostenlos testen, wenn man kein Premium Plus hat. In großer Ferien oder generellen Ferien sind sie halt nicht erreichbar, was eigentlich auch normal ist. Die Inhalte der Leidnerheiten bauen aufeinander aus und sind ein Mix aus Videos und Aufgaben. Bei den Übungsaufgaben muss man zum Beispiel das richtige Wort eintippen, wahr Falschaussagen beantworten, Sachen sortieren oder auch die richtige Lösung eintippen. Am Ende der ganzen Einheit kann man nochmal sein Wissen testen und zwar mit Klassenarbeiten mit Musterlösungen. Dune LearnAttack gibt es in neun Fächern, Ideologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Mathe, Physik, Latein und Geschichte. Was ich gut finde, ist, dass Französisch dabei ist, denn viele Schüler, unter anderem auch ich, haben damit Probleme. Im Dashboard wird ganz zentral die Lernleistung gezeigt. Bei mir hat das Testen wohl noch nicht als Lernen gezählt. Auf jeden Fall gibt es oben Reiter mit weiteren Fächern unter Übersicht und weiteren Angeboten. Aber jetzt mal zu den Videos. Zur Übersicht habe ich mir in den Videos eines aus Mathe, eines aus Englisch und eines aus Geschichte rausgesucht. So wird jeder Teilbereich abgedeckt und ich werde das nicht alleine bewerten, sondern ich habe mir Hilfe gesucht. So hat man zwei verschiedene Meinungen von zwei Personen. Starten wir mit Mathe in einem Thema zum extrem schnell berechnen aus Klasse 10. Hier wird direkt ohne Öffnen ins Thema reingesprungen. Dann muss man erstmal eine Funktion ableiten, die sehr kompliziert ist, was dann bei zwei Minuten von sechs Minuten Video hängt. Aber das Thema ist eigentlich extrem ständlich. Außerdem ist so eine genutzte Funktion nicht üblich, wenn man das Thema neu in der Schule lernt. Das verwirrt wahrscheinlich viele Leute noch mehr. Leider ist das Video auch ein bisschen monoton gestaltet und ohne Infografiken. Dafür macht es aber das Nullsetzen sehr gut. Die Machart ist trotzdem suboptimal, da ich eigentlich schon längst abgeschaltet hätte. Fachlich ist es zwar korrekt, aber ich würde da bitte noch anbringen, wozu man das jetzt alles macht. Also für Verständnis, denn man hat jetzt einfach nur dem Schritt für Schritt gefolgt, aber ich habe nicht verstanden, wieso man das wirklich so macht. Das heißt, Aufgaben sind da, aber nicht Verständnis. Ich habe alle Videos Laura gezeigt und sie meint, dass das Bild leer ist, der Ton ist schlecht und es wird zu viel vorausgesetzt. Außerdem habe ich ihr noch ein Referenzvideo gezeigt und sie meint, dass sie es bei dem Referenzvideo besser verstanden hat als bei LearnAttack. Außerdem ist das Video jetzt so monoton und langweilig. Außerdem wird bei diesem Weitdesign einfach keine Grafiken eingeblendet und keine Eincatcher benutzt, was das Thema und auch das Video generell ziemlich monoton und eintönig macht. Machen wir weiter mit Auxiliary Verbs in Englisch. Das ist eine Grundlagenaufgabe. Hier wird auch direkt ohne Öffener ins Thema reingestartet und direkt mit einer Übungsaufgabe begonnen. Was ich gut finde, ist, dass hier eine Konduktion nochmal geklärt wird, weil das Video auch für die Jüngeren gedacht ist. Wenn man das Video nur noch zur Auffrischung nutzt, wird es schnell langweilig wegen dieser ganzen Wiederholungen. Und was ich auch noch anmerken muss, ist, dass die Grammatikregel nicht direkt im Video erklärt wird, sondern wird nur eine Aufgabe bearbeitet. Sondern die Grammatikregeln stehen über dem Thema und über dem Video. Was ich für ein bisschen schlecht erachte, ich hätte es lieber in dem Video ausführlich erklärt gehabt. Laura meinte, dass das Video schlecht war, weil es am Thema vorbeigeschossen war. Es wurde der Satz vor erklärt und nicht die Grammatik der Auxiliary Verbs. Sie finden es auch schlecht, dass es verschiedene Erzähler gibt, wie zum Beispiel Hosts und Erzähler, die variieren für jedes Video, für jedes Fach und die Videos generell sind monoton und langweilig gestaltet. Das letzte Video ist ein Geschichtsvideo und zwar zum Thema Ende des Ersten Weltkriegs und zum Beginn der Weimarer Republik. Jetzt steht erstmals ein Moderator vor der Kamera und zwar MrWissen2go. Ich vermute, dass die ersten zwei Videos älter sind, denn es gab eine Reform letztes Jahr im August von den Videos und deswegen wird dieses Video wahrscheinlich auch neuer sein, da jetzt Moderator vor der Kamera ist und auch andere Videos, die ich reingeguckt habe, sind besser gestaltet. Hier werden jetzt zumindest Bilder eingeblendet und das macht das Video schon gleich viel besser. Aber was ich noch dazu sagen muss, ist, dass jetzt hier nur das Ende des Ersten Weltkriegs wandelt wird und die Weimarer Republik nur angeschnitten wird. Das finde ich ein bisschen komisch, denn es läuft ja eigentlich alles ineinander rein und die Weimarer Republik ist nochmal ein ganz anderes Lerneinheitenfeld, wo man einfach nochmal extra suchen muss. Dafür ist aber das Video zur Weimarer Republik besser gestaltet und es macht viel mehr Spaß ansehen. Laura findet dieses Video besser als die anderen. Sie findet es auch gut, dass auf den Versailler Vertrag explizit eingegangen wird und an die Weimarer Republik gedeutet wird. Was es aber schlecht ist, ist, dass für sie immer noch der Ton schlecht ist und dass es schon wieder einen neuen Moderator gibt, stört sie halt auch. Als Lehrer kann man übrigens mit der Lehrer-Version von LearnAttack eigene Lernpläne erstellen und diese dann per E-Mail verschicken und dann mit dem Analyse-Tool auch einfach kontrollieren. Das geht übrigens auch als Elternteil und soll die Statistiken einsehen, aber das geht nur mit Premium-Kluss. Kommen wir noch zu den negativen Punkten. Wie schon bereits erwähnt sind die Videos ein bisschen monoton und langweilig, das sollten sie aber hoffentlich bald im Griff kriegen und die alten Videos auch austauschen. Was mich noch stört ist, dass der verwendete Video Player eigentlich auch die Geschwindigkeit verändern könnte. Dann ist es der gleiche Video Player wie bei der Simple Club, aber hier wird einfach die Option nicht gegeben und man muss sich das langweilige Geschwaffe nicht schneller anhören. Dazu ist mir aufgefallen, dass mein verwendetes Profilbild und mein Name einfach nicht angezeigt wird im Dashboard oben rechts in der Ecke, sondern es gibt immer so ein Platzhalterbild und eine Zahl. Die Zahl variiert übrigens, das ist ganz lustig, je nachdem auf welcher Seite ich bin oder auf dem Dashboard bin, auf einer anderen Seite oder auch einfach nur in den Fächern. Ich würde LearnAttack so beschreiben, dass es eine Wischung aus Nachhilfelehrern und den digitalen Medien ist. Wenn ihr ein voll an die neuen Medien angepasstes Lernsystem haben wollt, ist DoonLearnAttack nicht das Richtige, dann müsst ihr mal meine anderen Videos einschauen. Empfehlen würde ich DoonLearnAttack den Leuten, die Hilfe beim Lernen und beim Verstehen brauchen, aber keine Lust haben auf einen Nachhilfelehrer. Außerdem würde ich es eher für die jüngeren Leute nutzen, für die Leute bis zur 8. Klasse zum Beispiel und dann muss die Lernmotivation mit anderen Methoden aufrecht gehalten werden. Wenn ihr unten eine Videobeschreibung guckt, kommt ihr gleich zu DoonLearnAttack, das ist kein Affiliate-Link, ich verdiene kein Geld mit diesem Video oder auch mit dem Link. Hier kommt ihr zum voll angepassten Lernangebot SimpleClub und hier vergleiche ich DoonLearnAttack und SimpleClub. Falls ihr jetzt was zum Lesen braucht, hier findet ihr meine Playlist mit den rezensierten Büchern. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch gerne ein Like und ein Abo da. Ich bedanke mich für euch fürs Zusehen und ich bedanke mich bei Laura fürs Helfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!